Moin Leute, ich bin's Captain Kleptower mit Gigi und Armando im NIO Hotel Berlin für Viva Con Agua und der Milator Galerie. Wasser regeneriert für eine super tolle Welt. Ja, wo die beiden sich natürlich was abgeguckt haben, sind die Freaky Brothers, so ein paar Künstler, die sie hier huldigen, die immer wieder auftauchen. Essensbereichen mit Espano. Lasst euch das schmecken. Berlin calling. Kommen sie rin, können sie rausgucken. Alles Paletti, der Berliner Slang ist hier auch gegriffen worden, natürlich schon. Und die Witte heißt Appendieil. Das ist der Liebespudel von Gigi. Ja, er hat sich verkuckt hier in Berlin, natürlich diese wunderbare Stadt. Ich bin's Captain Kleptower. Berliner Bär. Ja. Oder Berliner Ulla, die aus dem Fenster Kiepter. Und er kommt zu unserem Wappentier, dem Flamingo, der bei uns in St. Pauli gern auf dem Zaun sitzt im Stadion. Gruß geht raus an St. Pauli. Mit Musik gibt vieles besser. Übrigens. Ja, hier eigentlich besonderes Augenmerk. Danke Bibercon Aqua. Danke Millanthor Galerie. Danke den freiwilligen Leuten, die alles machen, um sauberstes Trinkwasser zu regenerieren. Tolle Sache dabei zu sein. Da sind wir sehr dankbar und stolz, ein Teil der Vivacon Aquanauten zu sein, der Familie Vivacon Aquanauten. Danke. Millanthor Galerie.